Laura Müller und Michael Wendler – große Neuigkeiten über Baby Nummer 2 Hallo, liebe Zuschauer! Ihr habt euch bestimmt gefragt, wo Laura Müller und Michael Wendler in letzter Zeit steckten. Nun, sie sind zurück und haben uns mit einer süßen Enthüllung überrascht. Erst im Juni wurden die beiden stolze Eltern des kleinen Rom essen, und ihr Glück kennt keine Grenzen. Aber das Beste daran? Sie lassen uns jetzt an ihrem Familienleben teilhaben. Obwohl sie den kleinen Rom noch nicht öffentlich gezeigt haben, plaudern sie offen über ihr Familienleben. Laura Müller hat nicht nur einen neuen Podcast vorgestellt, den sie gemeinsam mit Michael aufgenommen hat, sondern sie hat sich auch einer spannenden Frage-Antwort-Runde bei Instagram gestellt. Dort hat sie verraten, dass alles bestens läuft, während sie Rom stillt. Sie hat uns sogar gezeigt, welchen Autositz sie derzeit für ihr Baby verwendet. Und hier kommt das intime Detail, in drei Monaten, wenn er sitzen kann, werden wir einen neuen Kindersitz fürs Auto kaufen. Diese Babyschale werden wir dann behalten, für Baby Nummer 2, verriet Laura aufgeschlossen. Baby Nummer 2? Das klingt doch nach aufregenden Neuigkeiten. Scheint, als würde die Wendler-Familie in Zukunft noch größer werden. Bleibt dran, um alle Updates zu erhalten. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Neuigkeiten aus der Welt der Prominenten. Bis bald!